Der 1. Elber Und jetzt ist der Ball gleich freigegeben, Ross zappelt auf der Linie, läuft an, schießt, Tor gegen den Innenpfosten links und in das Tor. In der Mitte ist ein richtiger Kreis, ganz, ganz wenig Anlauf nur von Giroud Boateng, jetzt Wiesel, Wiesel hält und reißt die Arme hoch. Ganz kurzer Anlaufschuss, klasse Tor von Özel. Jetzt läuft er an, verzögert, Wiesel hält, Wiesel hält den 2. Elfmeter, das gibt es nicht. Wiesel hält, springt es mit dem Anlauf von der 16-Meter-Linie, er schießt, Tor gegen die Latte, von der Latte in das Tor. Und es heißt 3-1 zu Werner-Rebel. Wiesel springt da auf der Linie herum, wie ein Tor und hält noch mal, und hält noch mal. Und jetzt läuft er, wie von der Tarrette bestoffelt, auf die Drehber-Fan zu der Brügel. Und was ist das für ein Tornaus? Und was ist das für ein Torwart? Tim Wiesel hält 3. Elfmeter.